Was geht ab Leute, Satan ist wieder da und zwar mit dem Kapitel Review zu Kapitel 934. Dieses Kapitel war diesmal ziemlich kurz und da sowohl nächste Woche eigentlich kein neues Kapitel rankommt, sehr sehr seltsam, möglicherweise konnte oder nicht mehr, vielleicht bereitete er ja für die nächsten Kapitel irgendwas riesiges vor, sind wir mal gespannt. Die Big Mom Piraten haben überlebt und naja, zumindest mal die meisten bis wohl auf ein paar Teufelsbruchnutzer, die einfach jämmerlich ertrunken sind. Sie reden darüber, was mit Big Mom wohl passiert ist, denn sie haben immer noch ihre Viverecard, wissen also, dass sie zumindest im Moment noch am Leben ist. Doch sie spekulieren schon dabei, dass Kaidu möglicherweise Big Mom gefangen hat und sie demnächst töten wird. Peruspero meint daraufhin, dass man dann in Zukunft die Big Mom Piraten einfach die Peruspero Piraten nennt. Das gefällt wohl irgendwie nicht jedem so, denn Dai Fuku mischt sich ein und sagt, wenn irgendjemand der neue Leader werden sollte, dann ist es Katakuri, denn er ist der Stärkste. Auf der anderen Seite switcht die Szene dann direkt wieder zu Big Mom und Co. und diese reisen Richtung Udon, also in Richtung der Gefangenenmine, wo sich momentan Ruffy befindet. Momonosuke trainiert weiter mit seinem Schwert auf diese komischen riesigen Echse, die Big Mom gezähmt hat mit zwei Schlägen und ruft dabei das Wort Snatch. Okay, ähm, ist jetzt irgendwie nichts so Besonderes, hab ich bisher noch nicht gehört. Doch Okiku dreht bei dem Wort schon schier durch. Sie sagt zu Momonosuke, er solle das Wort nicht mehr verwenden. Das Wort sei wohl irgendwie im alten Dialekt in Kuri irgendein Wort gewesen, ein böses Wort sozusagen. Und jemand wie Momonosuke mit seinem Status solle dies nicht verwenden. Komisch an der Sache ist, Momonosuke sagt, er hat das Wort von Zoro gelernt. Was könnte das jetzt für ein mega böses Wort sein? Schwierig. Und dabei fällt mir eigentlich so auf, ich hab noch nie Zoro dieses Wort zu sagen hören. Snatch. Also weder irgendwie im Manga jemals gelesen, noch irgendwie im Anime mal gehört. Doch woher kann Zoro denn dieses Wort? Da sind die Spekulationen mal wieder groß. Stammt Zoro möglicherweise doch aus Kuri und es noch irgendwelche kleinen Überbleibsel, die er noch im Kopf hatte? Oder aber kommt das Wort einfach von Koshiro, seinem Lehrmeister damals? Wir spekulieren ja schon lange, dass Koshiro eigentlich aus Wano Kunikon da eben ein Samurai ist. Und wenn er Zoro dieses Wort beigebracht hat, würde das diese Theorie wieder bekräftigen. Aber auch da können wir momentan einfach nur spekulieren. Sind wir gespannt, was dabei herumkommt. Nami und Co. reden mittlerweile über Hiogoro der Blumen. Er war wohl der frühere Yakuza. Hiogoro der Blumen, ein Yakuza. Das klingt irgendwie jetzt nicht gerade sehr furchterregend. Zumindest nicht das, was ich mir unter einem Yakuza anführe, vorstelle. Na gut, ihr nächster Plan ist es nicht irgendwie Kaido zu stürzen oder irgendwas vorzubereiten, um eben den Angriff auf Unigashima besser für sie darstellen zu lassen. Nein, sie wollen erstmal ab in die heißen Quellen. Das wird helfen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, auf jeden Fall kommt dabei auch eine Szene mit Robin, die erstmal rumjammernd, dass sie ja so wenig erreicht hätte und zählt erstmal 10.000 Sachen auf an Informationen, die sie gesammelt hat. Ja Robin, du bist gut. Du brauchst keine Bestätigung. Wir wissen es. Brooke hat derweil einen Pornoglyph gefunden. Zwar nicht das Rio Pornoglyph, nach dem gesucht wurde, aber immerhin ein normales Pornoglyph. Probleme an der Sache. Er konnte keine Kopie davon machen, da er eben nur in seine Geisterform herumgewandelt ist. Währenddessen heult Sanji rum, denn Komorazaki ist ja, wie wir im letzten Kapitel gesehen haben, tot. Oder zumindest gehen wir davon aus, sie ist tot. Das ist ja immer noch so eine Sache. Wissen wir ja nicht. Sehr, sehr schade finde ich, dass wir diesen Kampf zwischen Sanji und Page One nicht mehr sehen. Irgendwie hat Oda den einfach mal im Background abgehandelt. Entweder wollte er einfach irgendwelche Fähigkeiten von Sanji noch nicht preisgeben, so dass er später in dem großen Kampf, den wir alle erwarten, noch mit ein, zwei Tricks aufwerten kann. Wäre es zum Beispiel eine Variante. Oder Page One ist einfach nach dem Schlagheulen davon gerannt. Wir wissen es nicht. Was aber ganz cool ist, in Wano Kuni gibt es auch Teleschnecken. Aber nicht die Teleschnecken, wie wir sie kennen. Nein, sondern so kleine Teleschnecken mit so einem Stab unten dran. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht einfach eine längere Muschel war. Ähm, erinnert eher mehr so an die Smartphone-Variante einer Teleschnecke. Aber von Trafalgar Law bekommen wir auch gleich brandheiße News, denn Eustace Kid ist es gelungen, aus dem Gefängnis auszubrechen. Mit seinen Handschellen an, komischerweise. Ähm, da frage ich mich erstmal, wie hat er das angestellt? Ist er einfach nur irgendwie geflüchtet in einem guten Moment, wo vielleicht irgendein Tor offen war? Hat er sich den Weg durchgekämpft, ohne seine Teufelskräfte zu benutzen? Und wieso hat Raffi nicht, oder wieso ist Raffi einfach nicht mitgegangen? Vermutlich könnte man sich vorstellen, weil er nicht will, dass dieser eine alte Opa immer noch im Gefängnis bleibt. Deswegen wollte er ihn mitbringen. Naja gut, zu diesem alten Opa kommen wir auch direkt, denn diese wird von den gefangenen Wärtern mittlerweile gefoltert, denn sie glauben nicht, dass er so viele Essensmarken gesammelt hat. Und ja, während sich anguckt, ein kleiner schwacher Opa, hat wohl nicht so viele Steinchen getragen, würde ich mal behaupten. Ähm, sie schmeißen die Dangos hin, sie schmeißen die Zettel vor ihm hin und der alte Opa fängt auf einmal an, die Dango schnell, schnell, schnell zu essen, in Ehren an Raffi, seinem Retter und sowas. Und dann erfahren wir plötzlich von ihm, der alte Opa selber ist Hiogoro der Blumen, der ehemalige Yakuza-Anführer. Also erst haben wir einen badass Yakuza-Boss, der Hiogoro der Blumen heißt, und dann ist es so ein kleiner, jämmerlicher, alter Opa, der die ganze Zeit nur rumflennt. Oh je, oh je, oh je, also da gefällt mir Kiyoshiro als Anführer der Yakuza schon deutlich besser. Aber na gut, wir wissen natürlich nicht über die Vergangenheit von Hiogoro Bescheid, vielleicht war er ja damals ein richtiger badass Motherfucker. Ich bezweifle es aber in irgendeiner Form. Ja, irgendwie, ja. Auf der letzten Seite des Kapitels sehen wir, dass Queen nämlich jetzt ins Gefangenenlager kommt. Das heißt, im nächsten Kapitel, das dann aber, wie gesagt, erst übernächste Woche erscheint, erleben wir mal Queen in Action, zumindest mal in voller Montur, vielleicht ein paar mehr Worte sprechend. Und es wird sicherlich zum Aufeinandertreffen zwischen Queen und Raffi kommen. Und das könnte wirklich durchaus interessant werden. Ich könnte mir auch ein gutes Panel vorstellen, wie Raffi Queen einfach auslacht, aufgrund der Art und Weise, wie dieser eben aussieht. Oder dass Queen ihn halt eben in irgendeiner Form an Ivankov erinnert. Wegen der ganzen Schminke und sowas. Und vielleicht bei dem Wort Ivankov wird Queen auf einmal hellhörig und sagt, what the fuck, was hast du mit Ivankov zu tun? Ich glaube ja immer noch, dass zwischen diesen zwei in irgendeiner Form eine Verbindung liegt oder sie sich zumindest kennen. Na gut, das war es aber auch erstmal zum Kapitel Review. Ich entschuldige mich erstmal hierfür, dass es so spät kommt. Und leider bin ich die letzten zwei Tage richtig, richtig, richtig flach im Bett gelegen. Oh Gott, Erkältung. Ich sage euch echt was Nerviges. Und ich hatte ja über Instagram versprochen, dass ich noch ein Video mache über die ersten zwei Charakterdesigns, die wir gesehen haben von dem neuen One Piece Film One Piece Stampede und zwar Douglas Bullitt und Buena Festerhiese, glaube ich. Dieses Video wird morgen oder am Dienstag erscheint. Ich gehe mal eher davon aus, am Dienstag, also morgen könnte es ein bisschen spät werden mit der Arbeit. Auf jeden Fall hoffe ich, dieses kleine Kapitel Review hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr ja, Daumen nach oben, klickt auf den Abo-Button. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das auch über Stream Elements. Und wie immer wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.